So, und jetzt nochmal schnell der Gag des Tages. Alle Hauptgeschütze können nach vorne feiern. Wir gucken uns mal kurzer Schiff an. Ja, es könnte vielleicht da drin liegen, dass hier hinten gar keine Geschütze hat. Danke, Wargaby, für den Brüller. Alter. Tja, man könnte es auch als negativ, man könnte auch bei negativ hinschreiben, kein Geschütz kann nach hinten feiern. Aber nein, das wird uns so verkauft. In diesem Sinne, danke für den Lacher.